Hallo, das Duselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rot. So, wir gehen in dieses Haus hier. Das war natürlich das falsche Haus. Wir gehen in dieses Haus hier. Ähm, hallo. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gern? Ja. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Du bist eine Profi-Angel. Gut. Wir werden mal dann was leer. Da hinten gibt's Goldinis, ne? So, ich beschleunige das mal ein bisschen. Ich will hier rein. Nein, wollte ich gar nicht. Was mache ich denn da? Ähm. Blümchen zerschneide. Blümchen setzt zerschneide ein. So, hier muss ich's auch nochmal machen. Zerschneide. So, jetzt gehen wir in die Safari-Zone. Willkommen in die Safari-Zone. Bla, 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 für nur 500. Ja. Hier, danke, danke, tschüss. Ja, 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 mhm. So. Gehen wir mal hier hin. Und benutzen die Profi-Angel. Ich hoffe... So, nein, 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 nein. Okay, dann gehen wir halt zwei Meter weiter und benutzen die Profi-Angel. Kann man hier echt nix angeln? Echt nicht? Leute, ich will was angeln. Ich dachte, man kann das angeln. Oh, jetzt bin ich deprimiert. Dann holen wir doch erst die normalen Sachen wahrscheinlich. Gut. Einmal hier lang. Oh, ein O-Wei. Wie toll. Hier hochbringt mir wahrscheinlich nicht so viel. Ich hab Carbo... Carbo... Carbon... Ach, leck mich doch. Ich hab was gefunden. Ich werd hier eh auch mal reinrennen müssen. Jetzt hab ich mein Mikrofon gehauen. Entschuldigung, Mikrofon. So. TM 37. Was ist TM 37? TM aktiviert sie einen Sternschauer. Nein. Das war 39. 37. Eierbombe. Nein. Carbo. Okay. Dunas. Hätte ich eigentlich mal Dings geben können. meinem Knogger. Profi-Angel. Wieso nicht? Ein Dodo. Nein, danke. Ich will angeln. Weißt du das? So. Hier. Profi-Angel. Ach, komm schon. Ein Goldini. Wow. Ich will kein Goldini... Nein, ich wollte ihm auch kein Sonderbombo geben. Kurva. Dings da. Ignorieren, was ich gesagt hab. Ein Goldini. Nein. Jetzt ist Hocano Level 40. Egal. Gibt's hier auch was anderes außer Goldinis? Wisst ihr was? So. Und so. So, passt. Mhm. Ein Goldini. Gut. Dann gibt's hier wohl nur Goldinis. Dann geh ich mal weiter. Ähm, ein Pokéball. Top Genesung. Ja, schön. Ein Nidoran. Flucht. Du bist entkommen. Sehr schön. Wir wollen hier einfach nur ganz schnell durch, weil die Safari-Zone ätzend ist. Ich geh mal oben lang. Und natürlich ist oben lang falsch. Warum denn auch nicht? Da hab ich hier ein Item übersehen. Jo. Äh. Wo wollen wir da hoch? Ich weiß es grad nicht mehr. Und? Wir wollten da hoch? Fragezeichen. Oh, ne große, weite Fläche. Nein, wir wollten nicht da hoch anscheinend. Nein, darum... Ich schaff's jetzt eh wieder zu, den Goldschen noch zum Surferhaus. So. Wayne. Denn ich hab nur noch 212 Schritte. Und wir merken uns dann halt fürs nächste Mal. Nein, da wollen wir nicht hoch. Dafür wollen wir hier angeln. Ein Quapsel. Nein. Ein Quapsel. Ich will uns nicht füttern. Ich will fliehen. Wieso beißt da nichts mehr? Ein Goldini. Ganz klasse. Ich dachte, hier kann man noch was anderes angeln. Was anderes. Nein, das will ich nicht angeln. Das will ich auch... Ich krieg die Krise. Okay, wir lassen das mit dem Angeln. Wo geht's da unten lang? Ich hab bar zu lang nicht mehr in der Safari-Zone, Leute. Ich hab echt keine Ahnung, wo ich hinlatsche. Was ist das hier? Toppeleber. Ja, nett. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlatsche. Wunderbar. Wow, ich bin hier oben. Oh, da kann ich nicht durch. Haha. Da ist dann ein Dings. Ein Altermann, dass ich nur rankomme, wenn ich Dings. Ein Rihorn. Jo. Tschüss. Dass ich nur rankomme, wenn ich Dings habe. Ein Owei, wenn ich Surfer habe. Ach komm, verbrauchen wir die letzten Schritte. Einfach ein gutes... Durchsage-Gong-Dom. Gong-Dom. Jetzt hat es um. Bla, bla. Ich möchte nochmal da rein. Dankeschön. Ja. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja. Ja. Danke. Ja, so. Jetzt nochmal. Und diesmal bitte ohne unnötige Umwege. Und ohne unnötige Nidoran-Männlich. Nidoran-Männlich. Nidoran-Sis. Männlich-Sis-Sis-Sis. Oh, das ist geil. Ist das geil? Ist das geil, Mann? Hier, er frisst den Stein. Und hau ab. Lebe in Freiheit. Danke. So, es ist geflüchtet und lebt jetzt in Freiheit. Das ist schön. So, da oben gab es ein weiteres Item. Top-Trank. Sehr schön. So. Um keine unnötigen Umwege zu laufen, einfach immer schön am Rand halten. So. Hier. Oh Gott, nein. Ich will die Seite doch nicht wechseln. Hier ging es da hoch, was total unnütz war. Denn wir konnten hier lang. Und dann hier runter. Hier hoch. Weiter hoch. Finden TM40. Was ist TM40? Schädelwurmer. Schädelwurmer. Ja, warum denn nicht? Wo ist es denn? Nekros versucht, Schädelwurmer zu erlernen. Aber bla bla bla. Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Silberblick. Und Nekros lernt Schädelwurmer. Dadadam. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ein wildes Pokémon. Wow. Ein Nidoran. Ich gebe es hier auch mal in Weiblich. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier lang. Protein. Jo. Protein kriegt Dunas. Angriff ist gestiegen. Jo. Passt. Ein Owei. Hier gibt es schon nette Pokémon. Auch Schaneras und so. Und Kangamas. Aber die lassen sich so selten blicken. Genauso selten wie Sichlos eigentlich. Ist das jetzt richtig, wo ich hinlatsche? Was ist das? Goldzähne. Wow. Ein kleiner Erfolg. Wie viele Schritte habe ich noch? 204. Die Goldzähne. Die brauche ich schon mal. TM 32. Was ist TM 32? Ist das schon das richtige Haus? Doppelteam. Nein, im Moment nicht. So. Das scheint mir das richtige Haus zu sein. Ja. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Oh, du hast keine weiteren Items. Geist tragen. Jo. Hier, Müll. Ja. So. Gibst du es mir jetzt? Ja, du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Dankeschön. Ich habe Surfer bekommen. So. Komm schon, da muss doch was an. Keine Goldinis. Goldinis. Oh, Gottchen. Es ist schon wieder ein Goldini. Gibt es das Pokémon hier echt nicht? Ich war mir so sicher, dass es das hier auch gibt. Ich meine, ich bin mir bei so vielen sicher. Aber da war ich mir wirklich sicher. Vielleicht brauche ich auch einfach eine andere Angel. Scheint so, ne? Okay, ich besorge mir eine andere Angel. Verbrauche jetzt die Schritte. Bla, 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 bla. Ja, so. Ich werde mir demnächst mal eine andere Angel besorgen und danach gucken. Blümchen zerschneiden. Blümchen, du musst nochmal zerschneiden einsetzen. So. Und dann gehe ich jetzt dem netten Herrn hier seine Goldzähnchen zurückbringen. Hallo. Dussel gibt dem Wetter die Goldzähne. Der Wetter setzt das Gewisse ein. Danke, Junge. Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deinen Müll. So, Vm4. Damit hätten wir außer Flug alle Vms. Vm4. Okay. Sie sind stärker. Ja. Negros kannst du als einziger lernen. Ja, ganz geil. Du wirst jetzt abused, Schatz. So. Will ich dich dafür nicht abusen? Egal, abusing. Negros hat Angine, Fokus vergessen und Negros lernen stärker. Pokémon. Negros. Nein, du sollst nicht Schaufel entsetzen. Du sollst stärker entsetzen. So, gib mir das Sonnenbonbon. Sonderbonbon. Sehr schön. Gut, Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ich mir vielleicht eine andere Angel oder so besorgt habe. Oder ich nachguckt habe, ob es das Pokémon da wirklich gibt. Nicht, dass ich mich vertue. Bis dahin. Ciao, ciao.